Herzlich Willkommen zurück, Steinhelm endlich, trotz Meister Fenriks Warnung, dass es unterwegs Aufregung geben könnte, weil es eine lange öde Reise, sobald ich Lord Menelag und den Shantirisai gegeben habe, in der mir fiel leicht auf die Zuge den Schädel der Schatten mit. Alles ist besser, als nochmal zwei Wochen damit zu verbringen, auf die Ohren meines Pferdes zu starren und herzlich Willkommen damit zurück zu Let's Play Dark Messiah of Might and Magic, das erste Kapitel jetzt, die Dore Steinhelms. Ein Dubstep Remix Liefert den Kristall beim Minilag ab, dann können wir uns auf den Weg machen. Das hoffe ich, es war ziemlich langweilig. Wir sollten zurück in die Stadt, da sind wir zufrieden. Je weiter, desto besser. Aber wir leben hier. Wenn hier nichts schlimmer fangen, sind wir verloren. Die Necromanten, bist du unterwegs? Necromanten? Die hat Fenriks gar nicht erwähnt. Meister Fenriks verrät selten alles, was er weiß. Beeil dich drin, sind wir sicherer. Ja, ja, sicher. Was, was, was? Warum kann ich meinen Kopf drin anständig drehen? Selbst wenn ich... Ich kann selbst reiten, ja? Deswegen weiß ich, dass man auch anders machen kann als noch. Moment, untode Teufel? Die Tore werden geschlossen, was? Was bringt so ein fettes Tor, wenn da neben der Tür ist? Ich bin der Gesandte von Meister Fenriks und habe eine Nachricht für den Zauberer Minilag. Das heißt Lord Minilag. Lord Minilag. Ihr habt einen Beweis? Wir sind diese Tage ein wenig abwöhnlich. Ich habe ein Empfehlungsschreiben. Dann lasst es mich sehen. Uh, habt ihr es gesehen? Es ist einfach abgepoppt. Auf besonderen Wunsch von Lord Minilag. Da ist sein Siegel. Willkommen in Steinhelm. Wir bringen euch Pferd zu einem Stall, wenn es gereicht ist. Natürlich. Könnt ihr mir sagen, wo ich Minilag finde? Gewiss, mein Herr. Ihr geht bergauf bis zum... Oh! Was ist das? Oh mein Gott! Mordor greift an! Oh! Zieh! 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 Ich habe Angst! Zieh! Oh mein Gott! Ist das ein... Was ist das? Das ist komisch. Ich weiß natürlich, was das ist, aber nicht... Also ich vermute, was das ist. Ich kann mich heute nicht aber ausinnern. Warum? Warum baut man eine Seidentür hier ein? Wenn man einen Hauptdoor hat? Oh mein Gott! Es ist ein Ogre! Fuck! Fuck! Oh! Dazu diese epische Herr der Ringe Musik, die ganz schnell laut auf meine Ohren dröhnt. Keine Säure. Das ist nicht nur für euch so laut. Deswegen... ...durch die Musik doch noch um eins leiser stellen. Oh! Okay. Ja doch, jetzt geht's besser. Wow! Was zu... Schießen die hier mit Magma rum? Oh verdammt! Und Tode! Das ist gar nicht gut. Und ich bin gerade zu dumm zum Laufen. Ein Leichnam. Nein, es gibt Tode. Ach, Tode in solchen Spielen sind immer so tragisch. Erstmal die Türen hinter mich schließen. Also wenn ich jetzt hier noch hochspiele, würde ich erstmal fragen... Hallo? Ist hier jemand? Oh verdammt! Nein! Nein! Ich bin morgen Freeman. Ich kann das. Ich bin morgen Freeman. Ich kann das. Ich kann das Tor einfach ausgerissen. Sieht um die Treppe auf. Wir müssen das obere Tor schließen. Folgt mir! Wow! Wir müssen ihn ruhig vorausgehen. Okay. Oh mein Gott! Wir sind noch näher auf der Treppe. Fuck, 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 fuck. Ich hab Angst. Ich möchte einfach bloß weiter. Das ist ja schlimmer als Amnesia. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen, nicht wahr? Das ist gar nicht gut. Hast du's geschafft? Hey. Danke. Fuck! Ich hab mir doch bloß die Waffe holen wollen. Ich hab mir doch bloß die Waffe holen wollen. Scheiße. Es tut mir so leid. Oh, wird das Dubstep? Zwergol will den Ring. Hui! Komm, drüge mal, rein um! Ähm! Manche Gegenstände, die ihr auf eurer Reise durch Asscham finden werdet, können sich als wüsste übliche Waffe verhandeln. Eine Kiste, ein Fass, ein Krug. Hebt sie auf und strakt sie. Bestiegt damit eure Feinde. Ach, das mein Ding. Deswegen hab ich mir auch Delikinese gleich beigebracht. Komm, drüge mal! Huah! Huah! Oh mein Gott. Natürlich, natürlich. Ja, das ist auch mein Ziel. Okay, hab das Kader schließen können, aber... Ich schaff das! Ich mein... Oh mein Gott, jawohl, der hat ihn besiegt. Ah! Hilfe! Ich brauch einen Mann für die Balliste. Holt mir! Ja, okay. Dann lauf vor. Lauf! Lauf, wie du nie gelaufen bist. Los! Weil ich erst sag, folgt mir, aber schaut... Aber er läuft nicht. Wow! Gott! Ich sollte mich lieber beeilen und die Balliste bemannen. Ich weiß natürlich, was jetzt abläuft. Deswegen kann ich noch nicht so überrascht tun. Mir leid. Ah, und so rätseln. Oh mein Gott. Ist mir egal. Ich gehe einfach an die Balliste und werde jetzt... Ich werde... Ja, tue ich auch. Aber wo ist der Oka? Oh, es ist ein Zyklop. Das wusste ich ja natürlich nicht. Bam! Upsi! Ich muss ihn ins Auge schießen. Jetzt oder nie, Saret. Du musst ihn töten. Ins Auge! Jawohl! Das Auge ist der Schwachpunkt bei diesen Kreaturen. Wow! 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 Er kann... Er kann... Er kann Top-Step tanzen. Oh. Ich glaube, er ist tot. Ein untrohender Zyklop. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die deutsche Version von Dark Messiah ein bisschen gecuddelt ist. Da fehlt irgendwie Blut. Mal schauen, ob ich das nicht dann irgendwann mal ausbissern kann. Drei Fertigkeitspunkte verdient. Uh! Dann nehme ich mir einen Nahkampfpunkt. Was haben wir denn da? Heilen! Okay, was haben wir hier? Ausdauer. Ausdauer. Wir haben gewonnen. Aus euch könnte noch was werden. Aus mir ist bereits was geworden. Hast du richtig gesehen, was für einen Teil ich dort noch habe? Läufst du vor oder wie sieht es aus? Egal. Oh! Wuhu! Ähm. Oh, falls der Kerl kommt. Ich mache natürlich hier keine Scheiße. Der Soldat ist natürlich zu ermüdet, weil er so sehr gegen Jan-Oga gekämpft hat, wie ich mit der Balliste. Um das Feigart hochzuziehen. Ah, er stellt sich einfach rein. Okay. Komm an, komm an, komm an. Ich bin voller Enthusiasmus, falls ihr das schon gemerkt habt. Ich liebe einfach dieses Spiel. Ich weiß gar nicht, ob ich zwischen den Aufgaben habe, es zu spielen. Einfach, weil ich irgendwie keinen Grund mehr gesehen habe, öfters Spiele weiter zu spielen, was aber im Let's Play anders ist. Ich habe jetzt aber irgendwie Bock, jemand den aus dem Fenster... Oh, das wäre so geil, den jetzt hier raus zu kicken. Oh, ein Bogen. Ich habe kein Schwert, aber ich habe einen Bogen. Oh, was bist denn du? Okay, das lesen wir uns später durch. Damit... Solche hören sich doch schon mal gut an. Das passt doch ein bisschen zu mir, muss ich zugeben. Wobei, nein, das ist... Mein Kampfspieler, mein Kampfspieler, glaube ich, mit dem Schwert. Wenn sie das tun, sitzen wir in der Falle. Wir brauchen sie gegen die Flur. Das bezweifeln. Gule können nicht gut schwimmen. Vielleicht kann uns Leute... Was machen wir mit den Leichen, wenn sie den Nekromanten in die Hände fallen? Vielleicht müssen wir die Nekropolis öffnen. Zum nächsten Mal in der Stadt gibt es keine Wälder. Wir haben Skelette über die Mauer gesetzt. Wir haben uns nicht also aufgetauscht. Bamm. Ich bin ja schon weg, keine Sorge. Wow, hey, ich habe nichts gegen dich. Hör auf, hör auf. Ich habe das Gefühl, dass manche Menschen nicht so... ...der Fan davon sind, wenn ich sie ausraub. Echt, Skelette über die Mauer? Wow. Na gut, eigentlich ist die Idee gar nicht mal so schlecht. Doch, die Idee gefällt mir sogar, muss ich zugeben. Ich bin einfach voll der Randall. Ich gehe ja durch die Stadt und zerlege alles. Und kein Sturz? Na gut, vorhin hat es das gestört, dass ich das Lager auszerlegt habe, aber das war das Lager aus. Hier stört es schon keinen. Und, um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung, wo ich hier überhaupt hingehe. Ich muss das Blut auswaschen, das Blut auswaschen. Kümmer dich nicht um sie, Saretz, sie ist unwichtig. Hm. Sachen werden nie mehr sauber, nie mehr sauber. Ganz ruhig, die Sachen werden sauber. Aua. Böses Feuer. Ja, die Gegenstände aus meinem Inventar können mich heilen, ich weiß. Komm, wir heilen uns erstmal. Sehr schön. Ich habe immer noch kein Schwer. Das finde ich nicht schön. Okay. Wo sind wir jetzt? Ich bin jemand, der gerne erkundet und das habe ich beim ersten Mal gar nicht so gut hinbekommen. Es sieht aus wie ein kündliches Schlafzimmer. Na gut, aber eignet es sich nicht so sehr vielleicht. Schriftwolle ist einfrierend mit dem Pissuar rumzuwerfen. Da haben sie, das sind die Nachttöpfe, da haben sie früher reingepingelt. Aber selbst schuld, wenn du Mana dränke in deinem, nun ja, und Heil dränke bei deinen Klamottenlagerst. Ist doch klar, dass dann irgendwann mal jemand vorbeikommt und es sich holen will. Wo bin ich denn jetzt? Bin ich im Kreis gelaufen? Weißt du, was man über die Größe des Eingangstores eines Mannes sagt? Das große hier muss Minilac gehören. Ich hoffe, er wurde nicht vor der Mauer erwischt. Verzeihung. Oh, ihr müsst der Gesandte sein. Seid unser Gast. Bis dann, Garth. Lenata. Ich bin im Auftrag Meister Fenrix hier, um den Zauberer-Lord Menelag zu sprechen. Ihr müsst Zaret sein. Ich habe mir schon Sorgen um euch gemacht, wenn auch grundlos. Mein Onkel sagt, ihr hättet geholfen, einen Zyklon zu töten. Oh, Verzeihung. Ich bin Lerner, Menelags Nichte und Schülerin. Nichte? Schülerin? Mein Onkel wird so erfreut sein, euch zu sehen. Aber ihr werdet euch vor dem Abendessen frisch machen wollen. Bitte folgt mir. Mit Freuden. Ich meine, ja. Ausgezeichnet. Also, der folge ich wirklich mit Freuden. Bitte öffnen das Faktor! Alter, hat die einen kurzen Rock? Wir hatten ein Fest zu euren Ehren vorbereitet. Uh, das ist aber schön. Und hiermit sehen wir uns in der nächsten Folge, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!